RB Leipzig hat eine klare Vorstellung, wie sie Fußball spielen wollen. Sie haben viele junge Spieler, die sehr, sehr talentiert sind. Ich denke natürlich, dass es eine sehr spannende Idee ist. Und deswegen freue ich mich auf die Rückrunde und bin mal gespannt, was noch alles passieren wird. Also ich bin sicher, dass sie das Niveau auf irgendeine Weise halten und wir auch mit Sicherheit auch noch steigern können, weil die Spieler noch jung sind. Und eine Mannschaft entwickelt sich immer, entweder durch externe Qualität, die man dazu holt, oder durch junge Spieler, die sich entwickeln. Aufgrund der Tatsache, dass Leipzig sehr viele junge Spieler hat, bin ich sicher, dass die Entwicklung noch nicht zu Ende ist. Auf jeden Fall, die werden das Niveau halten. Die haben ja auch die finanziellen Mittel, die haben ein unheimlich professionelles Umfeld. Man hat da wirklich was sehr Gutes oder Sensationelles aufgebaut. Und ich bin überzeugt davon, die werden dauerhaft unter den fünf besten Mannschaften in Deutschland sein.